Gerade im Winter gehören warme Füße zum körperlichen Wohlbefinden einfach dazu. Mit Filz- und Felleinlagen haben Sie immer warme und vor allem ganz wichtig trockene Füße. Gute Wintereinlagen isolieren die Bodenkälte durch geeignete Dämmmaterialien wie Dämmfolien, einer Aluschicht oder Kork und halten die Körperwärme an Ihrem Fuß. Wichtig ist dabei auch die Wirkung der Wintereinlegesohlen auf das Schuhinnenklima. Dieses sollte in jedem Fall trocken und geruchsneutralisierend sein. Die Sunbed Fire zum Beispiel vereint all diese Attribute und verfügt zudem noch über ein anatomisches Fußbett mit Dämpfungszonen in den Hauptbelastungszonen, Ferse und Vorfuß. Was muss so eine ideale Wintereinlage alles mitbringen? Sie hält die Bodenkälte ab, sie speichert Körperwärme, sie sorgt für ein angenehmes Schuhinnenklima, sie stützt den Fuß und vor allem sie dämpft den Schritt.